Willkommen zurück zu einer neuen Folge von L.A. Noire und wir reden mal mit der guten Dame. Mal schauen, ob sie was hat. Ich glaube, du sollst uns erzählen, was du weißt. Mein husband ist ein Filmproducer. Das hat etwas mit seinem neuen Bild. Er hat mich nicht in seinem Geschäft. June Ballard sagte, sie hatte einen Deal, um in seinem neuen Bild zu sein. Mark hat immer wieder gesagt, dass er nicht. Er hat Joan Leslie für den Ruhl getroffen. Das ist so, dass er die Finanze getroffen hat. June hat alle Fälle gemacht. Sie war sehr verrückt für mich. Weißt du, June Ballard? Wir waren beide auf dem gleichen Bild ein paar Jahre zurück. Das ist, wie ich meinen husband kennengelernt habe. Okay, ähm... Weiter. Wo können wir deinen husband finden, Frau? Er hat gesagt, er würde auf dem Set sein. Das ist alles, was ich weiß. Das scheint tatsächlich zu stimmen. Wir finden ihn, oder wir finden ihn auch, Frau Bishop. Wenn du ihn interessierst, solltest du sicher, dass wir ihn erst finden. Immerhin. Immerhin. Warum ist dein husband, Lorna Hopgood 20.000 Dollar? Lorna? Marlins Ex-Wife? Äh, ja, wir haben hier den Scheck gefunden. So, schick. Your husband looks like he's being blackmailed. They obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood and not McAfee? Lorna works at a check-cashing place in Hollywood. You need to ask Hopgood why he needs that much money in cash. Mmh-hmm. Your husband was at a casting yesterday with a young girl? Not that I know of. He told me he was looking at locations. The picture's been cast. Hmm, is he sure? Jessica remembered a mermaid. The mermaid on the front of the prop store. You better come clean with me. This is a sick town, Detective. Are you sure you really want to know? The truth is, my husband likes them young. And you think that's okay? I was 16 when I first met him. I thought he was a genius. A magician with film. I was 20 before I realized he was just a B-movie hack. But he's nothing compared to some of the monsters at these big studios. My guess is, Ballard sacrificed her little friend. It happens to a lot of girls. Your husband is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, Detective, and so are you. This is Hollywood. There's always a deal to be done. Na, sieh mal einer an. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need a location on a silver screen prop store. Just a moment. Silver screen props, corner 3rd and Figueroa. Thank you. Sehr nett. Dann fahren wir da doch mal hin und schauen nach. Ich glaube, hier haben wir tatsächlich nichts mehr mitzunehmen. Das stimmt. Irgendwie war das dann doch alles relativ auffällig. So, dann auf zum Requisitenladen. Bitte. All right. Where to? Mrs. Bishop knows more than she's letting off. She doesn't seem to realize how much trouble her husband is in. The LAPD are the least of their worries right now. Eh, you'd think she'd have gotten the hint after those hatchet men redecorated her apartment. Maybe she's just loyal. Or she's in on it. She didn't seem like your average giddy broad with nothing between the ears. Well, she might just be trying to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans between him and the captain. Down in the... 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich bin Morlin Hopgood. Wie kann ich das helfen? Du hältst hier die Kastungen? Was hast du davon gehört? Ich habe ein bisschen Sonnstage zurück. Leid den Weg. Ja, ja, gleich. Mal gerade einmal hier gucken. So, du kommst? Was ist hier denn eigentlich irgendwas Interessantes noch? So, du kommst? Glaube erstmal nicht. So, du kommst? Ja, warte doch mal. War hier nicht eine Zeitung? Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass hier noch eine Zeitung war oder irgendwas. Was ist denn hier noch alles? Ups. Ah, komm, ich kann jetzt noch was untersuchen. Na, ist das der gleiche Schrumpfkopf? Da ist auch noch eine Zeitung, sehe ich gerade. Na? Okay, da ist mal nix. Ja, wohl scheinbar auch nicht, oder? Nee. Achso, da wäre noch ein Schrumpfkopf. Ähm, so. Der was Besonderes? Scheint nicht so. So, dann gucken wir uns erstmal die Zeitung hier an. Na komm, ich möchte gerne. Ich stehe doch direkt davor. Ja, ich möchte dich wiederholen. Ich muss dich wiederholen. Ich habe ein paar Worte hier. Sitze, Courtney. Das ist Mickey. Mickey, das ist Courtney Sheldon. Was würde ich gerne? Scotch. Straight up. Ich höre, du bist wieder in der Schule, lernen zu sein, Herr. Ja, das stimmt, Herr Cullen. So, du willst du ein Doktor und ein Dope-Pedler? Interessante Kombination, huh? Do wir haben ein Problem, Herr Cullen? Wir haben, ja. Selling your Dope to mein Mann Lenny looked like a good move, aber Lenny hat sich in der Fallen, so zu sagen. Die Bindel-Boys in dieser Stadt sind nicht so gut, ohne die Mittelmann zu machen. Lenny ist gut. Lenny promised that wouldn't happen, Mr. Cullen. Und Lenny works for you. Was kann ich sagen, about Lenny? Let me think. Oh, ja. Er ist Putz. Und er ist Lazy. Und er ist Greedy. Aber er ist meine Wife's Bruder. Wie kann man das mit diesen Ingediensten machen? Ja. So, wie ist das mein Problem, Mr. Cullen? Well, kid, die nur wie wir werden können, dass wir das tun können, ist zu machen, zu machen, ist zu machen. Wir müssen die Dope aus den dinkern, die cardboarden Boxen und... Siretse. Ja. Siretse. Right. Wir können es in einen großen Vat, so wir können es in Wasser ein bisschen. Ich will nicht bore Sie mit der Chemie, aber es funktioniert nicht. Du bist möglich zu töten mehr Menschen. Okay. Okay, listen. Wir wollen Sie ausbauen, kid. Ich will Ihnen 50,000. Hey. Hey! You don't like my offer? The Sheldon, kid? Ich denke, ich will ihn tot. Das ging dann doch relativ schnell. Ich dachte, wir konnten ja mit den Schrumpfköpfen noch irgendwas machen. Ach, da sind auch noch welche. Na? Okay. Okay. Und da liegt noch einer. Endlich. So, ist hier noch was drin? Erst mal nicht. Kommen wir wieder hier rein zurück. Ja, gleich. Hier war doch auch noch irgendwo was, oder? Hier werden halt noch ein paar Couches. Wollte ich nicht. Nee, hier scheint nichts mehr zu sein. Ich dachte, hier wäre tatsächlich noch was. Tut sich auch irgendwie nix. Könnten wir hier mal Intuition einsetzen. Hm. Tja. Ja. Ich glaube, dann können wir wirklich mal weiter. Da können wir nicht weiter. Okay, gut. Dann können wir hier mal gucken. Was haben wir denn? Da ist noch so ein Schrumpfkopf. Ich glaube, da hat jetzt erstmal nichts zu tun. Oder nichts mit der Sache hier zu tun. Ah. Euch habe ich gesucht. Ich dachte, die wären drin. Von Dr. Stoneman. Alles klar. Da werden noch ein paar Rollen. Hör auf die Lichter, Hopgood. Warum würde ich das machen? Humor ihn. One-Way-Mirrors. Da ist ein Platz auf der anderen Seite. Huh. Na, na, na. Findest du einen Weg in den Piepden, Phelps. Ich stehe hier und stehe unsere Pervert-Kompag. Mhm. Gut, hier haben wir zunächst mal noch Toilette. Immer wieder schön. Gut, wahrscheinlich... Nee. Hat das nicht allzu viel zu sagen. Vielleicht von draußen, oder? Kann das sein? Das hätten wir soweit. Das da hinten sah ja auch ein bisschen komischer aus, muss ich ja zugeben. Hm, ja, sieh meine an. Interessant. Okay. Da noch was interessantes? Wohl nicht. Hier drin. So, was ist mit dem Film des Hamilton-Screen-Tests? Das stimmt, oder? Ein wenig Scotch. Ah, und da haben sie ja noch ein paar Bildchen gemacht. Wie es scheint. Ach, und da auch. Na, ihr seid mir ja ein paar... Nun gut, dann würde ich sagen, wir gucken in der nächsten Folge mal, was der, ähm, Harbgo-Teaser, glaube ich, dazu zu sagen hat, der Herr Marlon. Äh, und vielleicht müssen wir ihm ja auch ein paar reinhauen. Wäre auf jeden Fall schön. Bis dahin, macht's gut. Danke fürs Zuschauen und... Tschau, tschau, tschau. Tschau, tschau.